Seit ich in Luzern arbeite, das heisst seit 11 Jahren, haben wir die Küche komplett neu umgebaut. Ich bin sehr zufrieden mit Menü-Systemen und der ganzen Firma. Wieso sollte man wechseln, denke ich immer, wenn man zufrieden ist. Die zweite Qualität, ich habe den Herd wirklich auf meine Bedürfnisse einteilen können und wir sind wirklich super zufrieden. Zwei Jahre haben wir jetzt den neuen Herd, wirklich super. Wenn ich jetzt den neuen Herd wieder auswählen müsste, würde ich sofort wieder genau so einen nehmen, genau gleich.